Was hat er gesagt? Das war geil. Und das hat auch der Grundrat. Das war spitze. Viel Spaß beim Banane-Essen. Du weißt nicht genau, für 500 Euro, wie viel Banane man kriegt. Der Volker im Ziel. Lass den Glückwunsch an den Volker. Und hier einer unserer Zielreifer, der Julian. Lass den Glückwunsch. Und die nächsten Liedläufer, die in Richtung Ziel kommen. Come on! Der Raimund!